Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es natürlich wieder um AppSheet und zwar möchte ich euch eine Funktion vorstellen, die wie ich finde sehr wichtig ist und sehr häufig genutzt wird, zumindest benutze ich sie sehr häufig. Und aufgrund dessen ist es mir das auch wert, darüber ein Video zu machen, weil man die fast ständig oder ich zumindest fast ständig anwende. Es geht natürlich um die Concatenate-Funktion, also die Verketten-Funktion, wo man halt einfach Textelemente oder Textpassagen verketten kann. So ist mal zumindest die Theorie dahinter oder das ist die Funktion, was sie am Ende tut. Sehr einfache Funktion, aber sehr effektive Funktion, weil man damit wirklich einiges machen kann. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Es geht aber nicht nur um die Verketten-Funktion, sondern es geht in dem Zusammenhang auch um die Problematik mit den Anführungszeichen. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das mit Sicherheit in einem von meinen Videos schon mal irgendwo, einfach bei den ganzen Funktionen, die ich benutzt habe, mit Sicherheit schon mal gesehen, wie man das aufbaut. Aber wie gesagt, ich möchte einfach nochmal genauer darauf eingehen, um das einfach nochmal zu vermitteln, wie genau die Funktion funktioniert. Und natürlich auch um den Umbruch. Das möchte ich heute auch kurz behandeln. Wie kann man einen Umbruch in seinen Texten machen, die man halt in irgendeinem Textfeld darstellen möchte, dem End-User. Man möchte aber an einer bestimmten Stelle, an einer spezifischen Stelle einen Umbruch machen. Und das alles zusammen ergibt meiner Meinung nach ein relativ rundes Paket, worüber man ruhig mal reden kann und worüber man auch mal ein Video drehen kann. Das versuche ich heute. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und dazu gebe ich euch natürlich jetzt erstmal meinen Bildschirm frei, damit ihr seht, was ich sehe. Und wir befinden uns wieder in unserer Kfz-Werkstatt-App. Und ich habe mal schon mal was vorbereitet und habe dieses Form hier präpariert. Und zwar, ich möchte ein neues Auto anlegen. Habe aber das Form komplett gecleared. Habe also wirklich alles rausgeschmissen. Und damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, habe nur noch das drin gelassen, um einfach damit mal zu spielen, um euch zu zeigen und zu veranschaulichen, wie man die Verkettenfunktion am besten nutzen kann oder wie man sie generell nutzt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum, woher weiß die App, dass ich jetzt hier Mercedes auswählen werde? Wie krass ist das denn? Was ist das denn für eine coole Funktion? Jo, weiß ich natürlich nicht. Ich habe hier einfach eine virtuelle Spalte angelegt und habe die mit dem Typ Show und mit der Kategorie Text und habe hier einfach reingeschrieben, deine Auswahl ist Mercedes. So, deswegen steht hier unten, deine Auswahl ist Mercedes. Das habe ich einfach nur gemacht, um irgendwo einen Einstieg zu finden. Das heißt, egal was ich hier wähle, das bleibt immer ein statischer Text mit deine Auswahl ist Mercedes. Das habt ihr mit Sicherheit auch schon 100 Mal angewendet bei allen möglichen Sachen, bei Display, Name, Description und so weiter. Schreibt hier einfach einen Plain-Text rein. Denn der verändert sich nie, also Entschuldigung, einen statischen Text, der verändert sich nie und das steht einfach so drin, passt. Aber jetzt steigen wir mal in die ganze Thematik ein. Ich möchte hier eigentlich nicht nur stehen haben, deine Auswahl ist Mercedes, sondern ich möchte ja eigentlich dort drin stehen haben, was ich oben als Marke auswähle. Also brauche ich anstelle von diesem Textbaustein hier, also Mercedes, brauche ich eine Variable. Klar, das wisst ihr alles schon, ist ein bisschen Wiederholung jetzt. Die Variable, die ich hier auswähle, ist natürlich die Marke. Das heißt, ich muss hier das Mercedes natürlich austauschen gegen die Variable. Und wenn ich das jetzt hier einfach mache und schreibe jetzt hier Marke rein, seht ihr schon, er macht das nicht anders farbig und so weiter. Wenn ich das jetzt so machen würde, das würde natürlich passieren. Er würde das einfach als Text erkennen und würde Marke reinschreiben. Das funktioniert so schon mal einfach, also nicht. Also brauchen wir hier schon mal, und ich habe es richtig geschrieben, die Verkettenfunktion. Und jetzt schreibt ihr den statischen Text erstmal davor. Deine Auswahl ist, ganz wichtig, am Ende immer nochmal ein Leerzeichen. Dann hier ein Komma, ihr seht hier oben die Syntax, Teil, also Part. Und hier in den eckigen Klammern Part, das heißt ja nichts anderes als N Anzahl. Also sprich, ihr könnt ganz viele Teile noch dahinter packen. Das will er euch damit nur veranschaulichen mit diesen eckigen Klammern. Das heißt, deine Auswahl ist, ist hier in dem Fall Part 1. Und der Part 2 ist die Marke. Jetzt machen wir natürlich das Anführungszeichen hier hinten weg. Schließen die Klammer für die Funktion. Und jetzt sagt ihr hier, deine Auswahl ist, Leerzeichen nicht vergessen. Und hier kommt jetzt die Auswahl von der Marke. So, jetzt seht ihr schon, es funktioniert. Und das ist schon mit eigentlich die häufigste Funktion oder der häufigste Anwendungsfall, wenn ich Concatenate benutze, weil ich halt einen statischen Text mit einer Variable verbinde. Und dann braucht ihr schon die Verkettenfunktion, weil ihr das nicht einfach nur so reinschreiben könnt, sondern ihr müsst dem App-Sheet, der Plattform halt sagen, was sie halt tun soll, wie sie es auflösen soll. Und das macht ihr in dem Fall mit dem Concatenate. Er löst also quasi diesen Text auf und diesen Text und verkettet das zusammen. Und am Ende kommt da ein Text raus. Das ist schon mal das eine. Und jetzt wollen wir aber natürlich noch, dass deine Auswahl ist Opel, deine Auswahl ist Mercedes, deine Auswahl ist Volvo und so weiter. Also das, was der End-User gewählt hat, möchte ich in Anführungszeichen setzen. Ich möchte also nochmal klar herausstellen, dass deine Auswahl dieser Wert ist, der hier drin steht. Und jetzt passiert hier Folgendes. Wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück und ich lösche das mal hier raus und wir machen hier wieder Mercedes rein. Das hatten wir ja gerade. Und jetzt könnte man ja denken, ja, ich mache einfach Anführungszeichen rein. Also sprich, deine Auswahl ist Mercedes. Prinzipiell kommt hier kein Fehler, aber ihr seht schon hier unten, was ihr hier draus macht. Warum? Also wenn ich jetzt auf Speichern drücke, tut er das auch genauso. Weil die Syntax in AppSheet beinhaltet die Anführungszeichen. Sprich, es ist ein Teil von Funktionen in AppSheet. Wisst ihr ja, bei fast allen Funktionen steht ja da, gib hier zum Beispiel den Spaltennamen ein als Text und dann gebt ihr in Anführungszeichen den Spaltennamen ein. Sprich, es ist ein Teil der Syntax. Und das heißt, dass er Folgendes macht. Er löst es hier halt auf, aber nur bis dahin. Weil er sagt, vorne ist ein Anführungszeichen, dann kommt ein Text, weil ich ja mit einem Anführungszeichen starte und dann kommt ein Anführungszeichen als Ende. And that's it. Danach hört er halt einfach auf, um einfach auch Fehler zu vermeiden, bricht er halt quasi einfach der Stelle ab und der Rest wird einfach ignoriert. Und deswegen kommen diese Anführungszeichen hier nicht durch. Das funktioniert nicht. Jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit hier mit solchen, wie heißt das, Apostroph, glaube ich, zu arbeiten. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Geht natürlich. Ja, das funktioniert, weil das Apostroph nicht ein Anführungszeichen ist und aufgrund dessen wird das Ganze mal als Text erkannt und würde funktionieren. Kann man machen, aber viel cooler ist es natürlich, wenn es in richtigen Anführungszeichen steht. Und das machen wir jetzt. Wir machen wieder die Verkettenfunktion. Deine Auswahl ist. Und jetzt möchte ich die Auswahl, die der Enduser trifft, in Anführungszeichen setzen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Jetzt machen wir erstmal den ersten Teil. Deine Auswahl ist. Das ist der statische Text. Der steht immer genauso da. Den müssen wir nicht verändern. Den lassen wir so. Und jetzt muss ein Anführungszeichen kommen. Und das Anführungszeichen in AppSheet ist viermal Anführungszeichen. Dann kommt die Marke. Also den Teil, den er auflöst von der Live-Auswahl, die der Enduser gerade gewählt hat. Nochmal viermal Anführungszeichen. Und eigentlich war es das. Eigentlich können wir hier aufhören. Und diese Teile hier, diese vier Anführungszeichen, man würde ja eigentlich sagen, drei Anführungszeichen, weil Anführungszeichen, Anführungszeichen und dazwischen der Text ist ein Anführungszeichen. Aber so funktioniert es nicht. Man muss vier Anführungszeichen am Stück machen, aber als Teil des Verkettenbefehls. Und wenn man jetzt hier was auswählt, steht das in Anführungszeichen. Und die Anführungszeichen sind einfach Teile von den Verketten. Das ist wirklich ein extra, ein separater, ich sage mal dedizierter Teil von Verketten. Genauso wie der statische Text deiner Auswahl ist, ist genauso die zwei Anführungszeichen vor und nach der Live-Auswahl quasi oder der Auswahl des Endusers, sind feste Teile des Verkettenbefehls. Und so könnt ihr Anführungszeichen setzen in Texten und könnt es halt wirklich nochmal hervorheben, dass das wirklich die Auswahl ist. Und dann könnt ihr natürlich weitermachen. Also da hört es jetzt nicht auf, das ist jetzt nur, weil mein Text dort aufhört. Aber theoretisch könnt ihr jetzt hier natürlich weitermachen und könnt sagen, und das ist auch gut so. Und könnt natürlich dann mit dem Text weitermachen. Wichtig ist nur, dass die Anführungszeichen davor und danach als extra Teil stehen. Wir könnten jetzt hier auch weitermachen, um es nochmal zu veranschaulichen. Ich möchte, das ist auch gut so und ich würde das gut ganz gerne in Anführungszeichen setzen. Nur plakativ, nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Das heißt, hier ist der Text und das ist auch, jetzt höre ich quasi nach dem auch auf, mache natürlich wieder ein Leerzeichen dahinter, mache ein extra Teil in dem Verketten, eins, zwei, drei, vier Anführungszeichen, mache hier das gut dazwischen. Wieder vier Anführungszeichen und das so danach, ups, das so danach ist natürlich auch wieder extra. Auch wieder mit einem Leerzeichen davor, weil das gut für sich allein ohne Leerzeichen steht. Ich könnte es auch andersrum machen, ich könnte natürlich auch das auch und das so ohne Anführungszeichen setzen und vor und nach gut noch ein Anführungszeichen setzen. Würde genauso gehen. Wichtig ist hier halt wieder die zwei Teile, die als extra Teil in den Verketten stehen und zu einem Anführungszeichen führen. Jetzt passen natürlich die Anführungszeichen nicht mehr, weil ich das gut getrennt habe, also weil ich da ein Leerzeichen reingemacht habe. Also es war schon richtig, wie ich es vorher gemacht habe. Ich möchte natürlich das gut mit den Anführungszeichen direkt dran. Das heißt, bei so und auch muss noch ein Anführungszeichen hin. Und jetzt sieht es gut aus. Und genau so benutzt ihr Anführungszeichen in euren Texten. Und das geht überall. Ihr müsst halt einfach nur mit dem Verkettenbefehl arbeiten, selbst wenn ihr einen statischen Text habt, also einen Text, der sich nicht verändert, aber ihr möchtet trotzdem in dem statischen Text irgendwo Anführungszeichen verwenden. Dann verwendet ihr den Verkettenbefehl, schreibt euren statischen Text und trennt dieses eine Wort, was ihr in Anführungszeichen setzen wollt, ab. Und macht davor und dahinter einfach diese vier Anführungszeichen, was quasi einem Anführungszeichen, also was als ein Anführungszeichen aufgelöst wird. Da haben wir das schon mal. Kommen wir jetzt noch zu dem Punkt mit den Umbrüchen. Wo kann ich also Umbrüche verwenden? Das machen wir jetzt als nächstes. Denn ihr standet bestimmt auch schon mal vor dem Problem, dass ihr an einer bestimmten Stelle im Text einfach einen Umbruch machen wolltet. Weil ihr gesagt habt, da hört zum Beispiel ein Satz auf und da fängt ein neuer Satz an. Oder am Ende kommt noch so etwas wie fortfahren oder bestätigen oder wie auch immer. Das wollt ihr einfach extra getrennt in einer neuen Zeile haben. Und Umbrüche ist jetzt nicht ganz so trivial. Wenn man aus einer Zeit kommt von Excel, dann weiß man noch, dass es eine Funktion gab, ne eine Formel gab, die hieß Zeichen. Beziehungsweise auf Englisch Char. Und das gleiche gibt es auch bei Google. Da gibt es auch, soweit ich weiß, Char heißt die, glaube ich, oder C-H-R. Und da kann man dann zum Beispiel eine Zahl reinschreiben einfach und die Zahl wird dann interpretiert als ein bestimmtes Symbol, also als ein Textsymbol. Und da gab es auch, ich glaube, Zeichen 10 war das immer, ein Umbruch. Also Char 10, also die Zahl 10 führte zu einem Umbruch in einem Text. Total verrückt. Und hier ist es ein bisschen einfacher. Es gibt in dem Sinne kein, ich gebe euch mal den Bildschirm wieder frei, es gibt in dem Sinne kein Char-Befehl oder ein Zeichenbefehl oder ein Umbruchbefehl oder wie auch immer. Sondern ihr macht das in eurem Text. Einfach als Umbruch. Wichtig ist, das funktioniert nur, wenn es Long-Text ist. Das ist nämlich der große Unterschied zwischen Long-Text und Text. Text ist eine Zeile. Text ist immer nur eine Zeile. Umbrüche werden schlicht und ergreifend ignoriert. Das heißt, wenn ihr sowas habt wie hier bei Display-Name, hier steht Text. Das heißt, das ist ein Text. Wenn ihr hier Umbrüche reinbaut, passiert einfach mal nichts. Die werden einfach ignoriert. Es wird einfach hintereinander geschrieben. Das hier wiederum, die Description, ist ein Long-Text. Hier sind Umbrüche erlaubt bzw. werden nicht ignoriert. Und wenn ich jetzt hier reingehe, das ist ja auch ein Long-Text. Das heißt, Umbrüche sind prinzipiell erlaubt. Und ich würde ganz gerne das Gut nicht nur in Anführungszeichen haben, sondern auch, dass es extra für sich steht, in einer extra Zeile. Das heißt, ihr könnt hier einfach mit Enter eure Zeilenumbrüche tatsächlich einfach reinschreiben. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen weird aus, weil ich natürlich an einer schwachsächlichen Stelle Umbrüche gemacht habe. Aber darum geht es nicht. Ich wollte euch damit nur zeigen, dass bei Long-Text könnt ihr einfach Umbrüche in euren Text einfach schlicht und ergreifend reinschreiben. Das funktioniert natürlich auch mit statischem Text. Dazu braucht ihr nicht zwangsläufig die Verkettenbefehle. Wenn ich jetzt das hier mal wieder alles wegmache und hier einfach Mercedes reinschreibe oder schreiben wir mal Volvo rein. So, deine Auswahl ist Volvo. Dann sieht es wieder ganz normal aus. Eine Zeile. Und wenn ich jetzt hierher gehe und sage, aber Volvo soll in einer extra Zeile stehen, dann mache ich einfach hier einen Umbruch rein. Da seht ihr auch hier vorne, dass jetzt hier zwei Zeilen quasi da sind in eurem Code. Und dadurch ist jetzt deine Auswahl ist und das Volvo kommt an einer extra Stelle. Sprich, ihr könnt hier Umbrüche direkt einfach einbauen in euren Text, also in die Anführungszeichen. Das sieht dann, man muss ein bisschen dranbleiben, das sieht dann vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch aus, weil hier hört die Zeile ohne Anführungszeichen auf, weil das Anführungszeichen ist jetzt hier unten. Das hier zählt für das hier oben mit. Das heißt, es ist völlig egal. Ich kann hier auch alles Mögliche reinbauen an Umbrüchen. Das hier oben, der erste, das erste Anführungszeichen und das letzte Anführungszeichen hier unten, die zählen. Jetzt sieht es halt so aus. Ihr baut dann halt in die Höhe quasi. Und das könnt ihr halt bei Longtext machen und einfach per Enter-Befehl in euren Code, quasi in die Konfiguration, die ihr hier reinschreibt, könnt ihr Umbrüche selbst vornehmen. Wie gesagt, geht nur bei Longtext, bei Text nicht. Und das Gleiche geht natürlich auch, wenn ihr den Verketten-Befehl benutzt. Also wenn wir jetzt hier wieder, das machen wir jetzt nochmal. Wir machen hier deine Auswahl ist und hier hinten schreiben wir natürlich dann wieder die Marke rein, also die Live-Auswahl quasi. Und wir machen jetzt natürlich unsere Anführungszeichen wieder rein. Also hier vier Stück. Hier vier Anführungszeichen. So, jetzt haben wir wieder die Auswahl, deine Auswahl ist. Und jetzt seht ihr wieder Volvo, Mercedes, wie auch immer in Anführungszeichen. Jetzt möchte ich es aber noch extra abgetrennt haben. Also sage ich einfach nach dem Ist, mache ich hier einfach einen Umbruch. Aber der Umbruch ist, also das Enter, was ihr drückt, der Umbruch ist innerhalb eures Textes. Das ist ganz wichtig, weil ihr seid innerhalb des Textes, also innerhalb der Anführungszeichen macht ihr ein Enter. Und dann sieht es halt so aus. Deine Auswahl ist, aber hier hört das Anführungszeichen nicht auf, beziehungsweise der Text hört hier nicht auf, sondern es kommt noch ein Umbruch in die zweite Zeile und hier ist das Anführungszeichen. Das sieht wie gesagt ein bisschen weird aus, aber ihr seht, dann könnt ihr mit Anführungszeichen, mit Umbruch hier arbeiten. So funktioniert im Prinzip Verketten mit Umbrüchen und mit Anführungszeichen. Und jetzt habe ich mir erlaubt, mal das nochmal zu kombinieren, alles in eine Aktion und habe hier eine Aktion gebaut. Wenn ich hier zum Beispiel drauf drücke, dann seht ihr hier, du hast auf Aktion 1 gedrückt, fortfahren. Das meinte ich vorhin mit, manchmal ist es ja sinnvoll, die letzte Frage, also fortfahren, bestätigen oder wie auch immer, in eine extra Zeile zu packen, weil es einfach hübscher aussieht. Und das habe ich genau so gebaut. Da habe ich einfach hier die Aktion gebaut und ich habe hier gesagt bei Confirmation Message mit Concatenate, also mit Verketten, du hast auf und dann die Anführungszeichen, habe einfach Aktion 1 hier reingeschrieben, weil das Ding halt einfach so heißt, gedrückt und habe hier nachgedrückt einfach ein Enter, also einen Umbruch reingebaut und hier hört das eigentlich auf. Also das hier ist eigentlich der letzte Teil, aber hier ist halt ein Umbruch dazwischen und habe hier einfach noch fortfahren reingeschrieben und dann hört das Anführungszeichen erst auf. Und damit, das sieht halt, also man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, weil es sieht ein bisschen, wenn man drauf guckt, kommt man erst mal schlecht damit klar, weil es sich nicht zu flüssig liest, einfach für uns als Menschen. Aber so führt es dazu, dass man dann hier mit Anführungszeichen und mit einem Umbruch arbeiten kann. Das ist das ganze Geheimnis dahinter und ich benutze es extrem häufig und deswegen fand ich das so sinnvoll, das einfach nochmal als extra Video zu machen, weil ich finde, das ist unglaublich wichtig, weil man dadurch einfach einen Text ein bisschen strukturieren kann, ein bisschen strukturiert anzeigen lassen kann, was wiederum den Endbenutzer stark hilft meiner Meinung nach. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch wieder ein paar Tipps oder ich konnte euch wieder ein paar Tipps vermitteln, hat euch geholfen und führt dazu, dass ihr das eine oder andere vielleicht nochmal umbaut und sagt, hey, ich kann den Text ja noch viel cooler anzeigen. Jetzt habt ihr die Mittel und Möglichkeiten dazu. Okay, soll es gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet und ich sage mal bis dahin und ciao.